Hier ist Aufgekreuzt, der Podcast von katholisch.de mit Geschichten und Hintergründen aus Kirche und Religion. Mein Name ist Roland Müller. Hallo! Über die katholische Kirche kann man ja sagen, was man will. Aber ihre Universalität ist schon faszinierend. Wer einmal im Zentrum der Weltkirche war, dem Vatikan, kann das sicherlich auch bestätigen. Über den Petersplatz etwa laufen nicht nur Gläubige aus Italien oder Europa, sondern Menschen aus der ganzen Welt. Unter ihnen befinden sich dann auch Geistliche, die nicht das römische Priesterhemd tragen, das für die katholische Kirche typisch ist. Auch Priester und Bischöfe in der Klerikerkleidung der Ostkirchen sind rund um den Vatikan zu sehen. Denn zur großen Weite der Kirche gehören auch ostkirchliche und orientalische Gläubige. Sie erkennen den Papst an und befinden sich in Einheit mit der katholischen Kirche. Deswegen werden sie auch Unierte genannt. Gleichzeitig pflegen sie aber die Tradition und die Liturgie der Ostkirchen. Doch wie kam es dazu? Und was bedeutet das für die Ökumene? Das sind einige der Fragen, die wir in dieser Podcast-Folge beantworten wollen. Die katholischen Ostkirchen. Unser Thema jetzt. Die katholischen Ostkirchen sind weitgehend im zweiten Jahrtausend der christlichen Zeitrechnung entstanden, als einzelne orthodoxe und orientalische Kirchen bzw. Teile ihrer Gläubigen und Hierarchen eine Union mit dem römischen Stuhl abgeschlossen haben. Ziel dieser Unionen war die Wiederherstellung der Kirchengemeinschaft zwischen Ost und West, obwohl vielfach kirchenpolitische Gründe im Hintergrund der Vereinigungsbestrebungen standen. Die meisten Unionen vermochten jedoch nicht, die Einheit zwischen den Christen in Ost und West wiederherzustellen, sondern führten im Gegenteil zu neuen Spaltungen, weil nur ein Teil der jeweiligen Ortskirchen sich der katholischen Kirche anschloss, während ein anderer Teil orthodox blieb. Über die katholischen Ostkirchen spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Felix Neumann. Er ist Redakteur bei katholisch.de und die Berichterstattung über einige der unierten Kirchen bildet einen Schwerpunkt seiner Arbeit als Journalist. Hallo lieber Felix. Hallo. Wir haben es eben gerade im Einspieler gehört. Die Geschichte der katholischen Ostkirchen ist nicht immer einfach gewesen. Was würdest du sagen, wann und wie beginnt die Geschichte der unierten Kirchen? Die Geschichte der katholischen Ostkirchen beginnt damit, dass es zur ursprünglichen Trennung kam, also mit dem großen morgenländischen Schisma von 1054, als die Kirche in Ost- und Westkirche zerbrach. Und mit diesem Bruch in der früher einen Kirche musste man umgehen. Und dieser Bruch wurde auch als Bruch erkannt und sollte geheilt werden. Und das war sehr schwierig. Bis heute ist das nicht passiert, aber auf dem Weg dahin gab es verschiedene Strategien. Am Anfang hatte man auch die Hoffnung, dass man diesen Bruch irgendwie heilen könnte. Es gab Konzilien, die versucht haben, die Einheit wieder herzustellen. Das ist aber gescheitert. Und so hat man dann im Laufe der Zeit die Strategie geändert, von die Ostkirche und die Westkirche wieder in volle Gemeinschaft zu führen. Dahingehend, dass man auf eine gewissermaßen Einzelkonversion von einzelnen Mitgliedern der Ostkirchen setzte. Ein ganz wichtiger Zeitpunkt ist da 1439, das Konzil von Florenz. Das dauerte etwas länger. Das hat in Basel begonnen, 1431, 1445 in Rom geendet. Da sieht man schon, wie kompliziert das alles war. Da hat man eigentlich versucht, die Einheit herzustellen, kam dann aber doch nur zu kleineren Unionen, also mit einzelnen Gemeinschaften in den getrennten Ostkirchen. Die Konstantinopolitanische Synode hat diese große Union ohnehin komplett verworfen, etwa 50 Jahre später. Und so hatte man die Situation, wir haben einzelne Kirchen des Ostens, die dann in Gemeinschaft mit dem Papst stehen, aber eben auch ein Gegenüber, das nicht in Gemeinschaft mit dem Papst steht. Und so kam es dann erst mal zu diesem Konzept der Union. Unionen, ein ganz wichtiges Thema eben für diesen Versuch, Ost- und Westkirche wieder zu vereinen. Aber es gab doch auch andere Gründe für die Union. Das primäre Ziel war immer die Einheit der Kirche. Warum man diese Einheit erreichen wollte, das kann man natürlich unterschiedlich begründen. Einmal theologisch, Christus will, dass seine Kirche eins ist. Aber natürlich war es auch attraktiv, zur römischen Kirche, zur lateinischen Kirche zu gehören. Deshalb sind einige Unionen auch entstanden, um einen höheren Status zu erreichen, weil man die eigene ostkirchliche Tradition selbst als minderwertig empfunden hat. Oder zumindest in den Großreichen dieser Zeit als benachteiligt gegenüber der römischen Kirche. Das ist ein Teil davon, warum Unionen auch kritisch gesehen werden müssen, weil die lateinische Kirche sich als wichtiger, als wertiger empfunden hat, als ihr ostkirchliches Gegenüber. Nun ist eine Problematik der katholischen Ostkirchen ja auch, dass sie in gewisser Weise die östlichen Kirchen gespalten haben. Wie prägt das denn bis heute, die Orthodoxie, beziehungsweise das Verhältnis von römischer katholischer Kirche zur Orthodoxie? Ja, das große Problem dieses Konzepts der Union ist, dass es so eine Art Rückkehrökumene ist. Man nimmt die andere Kirche, die Kirche nicht als Gegenüber auf Augenhöhe war, sondern das irgendwie defizitär, wo man die Leute dann wieder zurück auf die richtige Seite zum Papst holen muss. Historisch hat das dazu geführt, dass es eigentlich so gut wie nie geklappt hat, dass eine komplette Ostkirche katholisch wurde, lateinisch wurde, beziehungsweise sich der lateinischen Hierarchie angeschlossen hat. Und das heißt, das Ziel der Einheit wurde damit erreicht, dass man neue Spaltungen in bestehenden Ostkirchen erzeugt hat. Nun ist es ja so, dass diese Unionen auch bedeuten, dass es eine Sakramenzgemeinschaft zwischen der lateinischen Kirche und den unierten Ostkirchen und unter den unierten Ostkirchen untereinander gibt. Was bedeutet das ganz konkret? Also kann ich als westlicher Gläubiger in eine katholische Ostkirche gehen und da zum Beispiel die Kommunion empfangen? Ja, und zwar völlig unbeschränkt. Wenn man nur von Sakramentengemeinschaft spricht, dann greift das eigentlich viel zu kurz, denn es ist nicht nur eine Sakramentengemeinschaft, die besteht eingeschränkt auch mit orthodoxen Ostkirchen. Die Gemeinschaft mit den katholischen Ostkirchen ist eine volle, komplette, umfassende Kirchengemeinschaft. Das sind zwar jeweils eigene Kirchen, die katholischen Ostkirchen, so wie die lateinische Kirche, die sind aber in voller Gemeinschaft. Und deswegen heißt es auch im Kirchenrecht, ich zitiere jetzt mal aus dem westlichen Kirchenrecht, katholische Spender spenden die Sakramente erlaubt nur katholischen Gläubigen. Ebenso empfangen diese die Sakramente erlaubt nur von katholischen Spendern. Und katholische Spender, das ist völlig egal, ob das jetzt ein Syromalabara aus dem Südwesten Indiens ist oder der Dorfpfarrer aus Bayern, aus der lateinischen Kirche. Das sind katholische Spender. Es ist volle Kirchengemeinschaft mit voller Sakramentengemeinschaft. Davon unterscheiden muss man die Kirchenzugehörigkeit. Die Kirchenzugehörigkeit, also die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Kirche, sui juris, sagt man, also eigenen Rechts, ob das die lateinische ist, die griechisch-katholische der Ukraine oder die syromalabarische, egal, die Kirchenzugehörigkeit ist fest und bestimmt sich in der Regel nach den Eltern. Wenn hier Menschen aus Indien, die zum Beispiel der syromalankarischen Kirche angehören, ihr Kind taufen lassen in der Dorfkirche, dann ist dieses Kind syromalankare, obwohl es und wenn es im lateinischen Ritus getauft ist. Die Sakramente sind völlig gültig, völlig die gleichen, aber die Kirchenzugehörigkeit ist spezifisch. In dem Fall, das Kind bleibt Kind in einer katholischen Ostkirche, selbst wenn es sein ganzes Leben nur Sakramente in der lateinischen Kirche empfängt. Wenn wir jetzt mal vielleicht einen näheren Blick werfen auf die verschiedenen katholischen Ostkirchen, es sind ja über 20, was fällt da auf? Also es gibt ja die unterschiedlichen Traditionen, da spiegeln sich da alle liturgischen Traditionen wieder? Das kommt darauf an, was man mit alle liturgischen Traditionen meint. Wir reden von ostkirchlichen liturgischen Traditionen. Vielleicht ist es auch etwas zu kurz gegriffen, nur auf die Liturgie zu schauen und stattdessen schaut man besser auf den Begriff des Ritus. Der Ritus bezeichnet nämlich das Gesamt aus liturgischem Erbe, theologischem Erbe, geistlichem Erbe und auch disziplinärem Erbe, also wie diese Kirchen organisiert sind. Da gibt es verschiedene Riten, die in der katholischen Kirche bestehen. Der größte und bekannteste, das ist keine Ostkirche, das ist der lateinische Ritus. Den kennen wir vermutlich alle davon, wenn wir sonntags hier in die Kirche gehen. Darüber hinaus gibt es noch den alexandrinischen, den antiochenischen, den armenischen, den khaldeischen und den konstantinopolitanischen Ritus. Das sind also die großen Traditionen, die zurückgehen auf die alten großen Patriarchate. Die haben im Wesentlichen Unterschiede dann doch tatsächlich in der Liturgie, auch in der Liturgiesprache. Was meinst du, wie können die katholischen Ostkirchen zu einer Verbesserung der Ökumene eben mit der Orthodoxie oder mit den orientalischen Kirchen beitragen? Ja, die katholischen Ostkirchen haben so zwei unterschiedliche, historisch zwei unterschiedliche Blickpunkte auf Ökumene. Einmal sind sie Brückenbauer, einmal sind sie Stein des Anstoßes. Ganz lange waren sie eben Stein des Anstoßes, weil im Umgang mit ihnen deutlich wurde, dass die lateinische Kirche die Ostkirchen eigentlich nicht ernst nimmt. Es gab da das Schlagwort der Prestantia Ritus Latini, also das Vorrang des lateinischen Ritus. Alles andere wird nur geduldet. Ganz lange gab es auch noch so das Schlagwort, dass alle Heresien aus dem Osten kommen und die lateinische Kirche die Wächterin der Orthodoxie ist. Also der Orthodoxie in Verstand als Rechtgläubigkeit, nicht konfessionell verstanden. Da hat sich also eine sehr koloniale Haltung darin ausgedrückt, dass man sagt, kommt ihr doch zur richtigen Kirche zurück. Das hat sich erst geändert eben mit Papst Leo XIII. 1894 und fortfolgende Päpste gipfelnd im Zweiten Vatikanischen Konzil mit dem Dekret über die Ostkirchen. Und da wurde erst klar gemacht, dass die Ostkirchen die gleiche Würde einnehmen. Ich zitiere mal wörtlich. Die gleiche Würde einnehmen, sodass aufgrund ihres Ritus keine von ihnen einen Vorrang vor den anderen hat. Die lateinische ist da ausdrücklich einbezogen. Deshalb, die Union an sich ist ein Stein des Anstoßes, weil die Rückkehr-Ekumene einfach nicht mehr passt. Und das ist auch Konsens zwischen den Kirchen. 1993 hat sich eine ökumenische Dialogkommission in der Erklärung von Balamand, das ist im Libanon, darauf geeinigt, dass man die Union als eine veraltete Strategie der Ökumene ansieht. Das will man nicht mehr. Es soll keine neuen katholischen Ostkirchen geben. Zur Terminologie vielleicht noch ganz wichtig. Vielleicht ist dir aufgefallen, ich spreche nie von unierten Kirchen, weil in der unierten Kirche immer dieses alte Verständnis dabei ist. Ich spreche immer von der katholischen Ostkirche. Diese Erklärung von Balamand hat zu viel Wohlwollen geführt und hat diesen Dialog mit den Ostkirchen sehr fruchtvoll gemacht. Dazu hat natürlich auch beigetragen, dass auf Ebene der Päpste das eine Priorität hat. Johannes Paul II. Sicherlich da der Wichtigste, der im Ausgang des Zweiten Vatikanischen Konzils die Dialoge vorangetrieben hat. Aber wir sehen es jetzt auch unter Papst Franziskus, der sich um eine größere Nähe zu den Kopten bemüht. Deshalb sind heute die katholischen Ostkirchen natürlich immer noch in gewisser Weise ein Stein des Anstoßes. Viele Gläubige aus den katholischen Ostkirchen wirken aber auch in ihren jeweiligen Ländern, in Dialogkommissionen, im alltäglichen Miteinander, als Brückenbauer, weil sie die beiden Sprachen sprechen. Die katholische mit dem Papst verbundene Sprache und die Sprache ihres traditionellen Ritus haben die einfach eine besondere Qualifikation dazu, diese Brücken zu bauen. Und das ist meine Hoffnung, dass wir uns davon ablösen können, diese Ostkirchen aus orthodoxer, aus altorientalischer Sicht nur als Stein des Anstoßes zu sehen, davon ablösen können und dazu hinkommen zu sehen, das ist eine Möglichkeit, wie wir unsere gemeinsame Christlichkeit erkennen können und Katholizität im eigentlichen Sinne als allumfassende katholische Kirche. Sagt der Journalist und Experte für katholische Ostkirchen Felix Neumann. Herzlichen Dank. Gerne. Sie wollten schon immer mal etwas über diesen Theologen, jene kirchliche Bewegung oder auch ein ganz anderes Thema aus Kirche und Religion wissen? Dann schreiben Sie uns doch einfach. Schicken Sie uns Ihre Themen und Fragen. Vielleicht machen wir dazu ja bald die nächste Podcast-Folge. Am besten einfach per Mail an aufgekreuzt at katholisch.de. Zurück zu den katholischen Ostkirchen. Wir werfen nun einen Blick auf die größte der unierten Kirchen. Die ukrainische griechisch-katholische Kirche ist ein Teil der katholischen Kirche. Sie untersteht der Jurisdiktion des Papstes, folgt aber dem byzantinischen Ritus in Liturgie und der geistlichen Praxis. Sie geht auf die Kirchenunion von Brest 1596 zurück. Hier gehören etwa 4,3 Millionen Gläubige in der Ukraine sowie Polen, den Vereinigten Staaten, Kanada, Südamerika, Australien und Westeuropa an. Das gegenwärtige Oberhaupt der Kirche ist seit 2011 Groß Erzbischof Sjatoslav Szewczuk. Der Sitz der Kirche befindet sich in der Auferstehungskathedrale in Kiew. Etwa sechs Prozent der Ukrainer gehören der griechisch-katholischen Kirche an, wobei der Anteil in der Westukraine deutlich höher ist als in den übrigen Landesteilen. Bei mir ist nun der Theologe Andrei Mykalejko. Er ist Priester der ukrainischen griechisch-katholischen Kirche und Privatdozent für Kirchengeschichte an der katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Hallo Herr Mykalejko. Hallo. Herr Mykalejko, Sie gelten als sehr guter Kenner der Geschichte Ihrer Kirche, der ukrainisch-griechisch-katholischen Kirche, der größten katholischen Ostkirche, wie wir gehört haben. Wie lässt sich Ihre Kirche beschreiben? Was macht sie aus? Ich würde meine Kirche, also die griechisch-katholische Kirche in der Ukraine, so beschreiben, dass es eine Kirche ist, die mit einer doppelten Identität lebt. Dass es einerseits eine Ostkirche, eine Kirche der byzantinischen oder orthodoxen Tradition folgt, in ihren Gottesdiensten, also in ihrer Theologie und auch in ihrer Frömmigkeit. Und auf der anderen Seite steht diese Kirche seit mehr als 400 Jahren in der Kirchengemeinschaft mit Rom. Und daher gehört sie auch zur katholischen Kirche, als Teil der katholischen Kirche, erkennt den Papst als Oberhaupt der katholischen Kirche an und teilt mit den anderen, mit allen Katholiken der Welt denselben Glauben. Und praktisch diese Kirche mit der doppelten Identität ist in den beiden Traditionen beheimatet. Und das ist natürlich ein spannendes Verhältnis, das ebenfalls dazugehört zu dieser doppelten Identität. Nun sind Sie eine Kirche in der Ukraine. In der Ukraine gibt es noch andere Ostkirchen, also orthodoxe Kirchen. Wie ist die Beziehung Ihrer Kirche als katholische Kirche zu den anderen beiden großen orthodoxen Kirchen? Die Beziehungen der griechisch-katholischen Kirche zu den beiden orthodoxen Kirchen sind sehr wechselhaft und manchmal auch spannungsvoll. Vor allem gab es recht viele Spangen in den Beziehungen zwischen Katholiken und Orthodoxen in den 90er Jahren, also nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und nach der Etablierung des ukrainischen unabhängigen Staates. Und diese Konflikte, diese Spannungen, Auseinandersetzungen waren natürlich historisch bedingt. Zunächst, weil die katholischen Ostkirchen und die griechisch-katholische Kirche, die galten oder gelten immer noch als jene Kirchen, die praktisch ihre ursprüngliche Tradition oder Konfession verraten, verlassen haben und sich Rom angeschlossen haben. Und daher hat die Orthodoxie immer diese Kirchen als sehr kritisch gesehen und auch kritisch beurteilt. Auf der anderen Seite, der eigentliche Grund dieser Konflikte oder Spannungen in den 90er Jahren lag in der Tatsache, dass die griechisch-katholische Kirche in der Ukraine nach dem Zweiten Weltkrieg verboten war. Also diese Kirche wurde 1946 nach dem Zweiten Weltkrieg vom sowjetischen Staat, von Stalin verboten und mit der russisch-orthodoxen Kirche zwangsvereinigt. Ein Teil der griechisch-katholischen Kirche wurde damals 1946 orthodox. Ein Teil wollte sich der Orthodoxie nicht anschließen, nicht unterwerfen und bildete die Untergrundkirche. Und diese Untergrundkirche, diese verbotene, aber doch existierende Kirche in der Sowjetunion, in der Sowjetukraine existierte bis 1989. Und 1989 durfte diese Kirche, diese Untergrundkirche, ihre Gemeinden wieder registrieren. Und so geschah es, dass ein großer Teil der orthodox gewordenen griechisch-katholischen Gemeinden 1946 in die griechisch-katholischen Kirche zurückkehren wollte. Sie sind auch zurückgekehrt, aber das erzeugte praktisch große Spannungen oder Konflikte mit der russisch-orthodoxen Kirche oder mit den ukrainischen-orthodoxen Kirchen vor Ort wegen des Eigentums, wegen der Übernahme der Kirchen und wegen der gegenseitigen Beschuldigungen. Also diese Situation hat sich Gott sei Dank ab 2000 ungefähr etwas beruhigt, entspannt und die Kirchen pflegten dann relativ gute Kontakte zueinander auf der lokalen ukrainischen Ebene. Das Problem war natürlich immer für die griechisch-katholische Kirche, dass eine von den zwei jetzt existierenden orthodoxen Kirchen in der Orthodoxie nicht anerkannt wurde. Und man musste immer bei variieren, balancieren zwischen diesen zwei Gruppen, einer sozusagen kanonischen orthodoxen Kirche und einer nicht-kanonischen, nicht anerkannten orthodoxen Kirche. Und natürlich angesichts des Krieges, also hat sich nochmals die Situation etwas verändert. Die Kirchen versuchen trotz der Unterschiede jetzt auch miteinander zusammenzuarbeiten, auch im Blick auf die russische Aggression, auf den russischen Krieg und versuchen auch manchmal sogar gemeinsame Projekte durchzuführen, vor allem im karitativen Bereich. Etwas schwieriger gestaltet sich natürlich die Beziehung zur ukrainischen orthodoxen Kirche, die lange Zeit ein Teil des Moskauer Patriarchates war und jetzt in einem spannenden Verhältnis lebt, sozusagen zum ukrainischen Staat, zur ukrainischen Öffentlichkeit und auch in ihrer Beziehung zur russisch-orthodoxen Kirche. Es gibt noch viele Diskussionen diesbezüglich und natürlich ist momentan die Kontakte zwischen der griechisch-katholischen und dieser orthodoxen Kirche nicht sehr einfach. Man kann also sagen, Sie haben es ja ein bisschen angedeutet, dass der Krieg, der ja spätestens seit Februar 2022 groß ausgebrochen ist durch den Angriff Russlands, dass dieser Krieg die Ostkirchen und die orthodoxen Kirchen auch etwas zusammengebracht hat, weil man jetzt sozusagen ein gemeinsames Ziel hat? Das kann man so durchaus sagen und das machte sich sogar schon 2013, 2014 bemerkbar, als die Proteste auf dem Maidanplatz damals begonnen hatten. Da haben die Kirchen auch ein besseres Miteinander gepflegt, haben zueinander gefunden und sie haben damals 2014, 2015 sehr eng zusammengearbeitet, auch im Blick auf die Verteidigung oder im Blick auf das Eintreten für die territoriale Integrität der Ukraine. Und die Kirchen haben auch einstimmig gemeinsam das russische Vorgehen auf der Krim damals verurteilt und also Russland auch diesbezüglich kritisiert. Und wie gesagt, man merkt auch im ukrainischen Kontext, aber wahrscheinlich nicht nur im ukrainischen Kontext, also manchmal bringen die politischen Spannungen, also politische Krisen auch Kirchen näher aneinander und dadurch entstehen auch mehr Synergien, mehr Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Gruppen. Wie kann man sich denn die Kontakte vorstellen zwischen Ihrer Kirche und den orthodoxen Kirchen? Gibt es da so etwas wie eine ständige Kommission oder gemeinschaftliche Beratung oder läuft das eher etwas so durch persönliche Kontakte vielleicht? Es sind zwei Ebenen, die vor allem hier hervorstechen, würde ich sagen. Zunächst die Ebene des Klerus und der Gläubigen. Es gibt viele kleinere Initiativen vor Ort im kleineren Raum. Natürlich gibt es auch einen Austausch zwischen den Bischöfen, aber sowas wie klassischer ökumenischer Dialog, wie wir ihn kennen aus dem globalen Kontext, also gibt es in der Ukraine leider noch nicht und zwar aus einem Grund. Die ukrainischen Kirchen sind in die ökumenischen Vorstellungen oder in die ökumenischen Initiativen der großen Kirchen irgendwie eingebunden. Also die griechisch-katholische Kirche orientiert sich natürlich an die Vorgaben des, wenn man so sagen kann, des katholischen Ökumenismus dessen, was auch vom Vatikan, also vom Heiligen Stuhl, gefördert und geprägt wird. Und die orthodoxen Kirchen sind ebenfalls daran gebunden, was die Weltorthodoxie zu Ökumene sagt und wie sie sich an der ökumenischen Bewegung beteiligt. Das große Problem besteht auch darin, dass zwei ukrainische orthodoxe Kirchen praktisch für die Spannung zwischen Moskau und Konstantinopel stehen. Also eine Kirche ist sehr eng mit dem Patriarchat von Konstantinopel verbunden, die andere orthodoxe Kirche war oder ist immer noch mit dem Patriarchat von Moskau verbunden. Und daher, wir wissen, dass es jetzt große Spannungen gibt zwischen diesen zwei orthodoxen Zentren und diesbezüglich leitet auch darunter natürlich auch die Ökumene vor Ort oder es entstehen kaum neue Initiativen vor Ort angesichts des angespannten Verhältnisses des großen christlichen Zentren zueinander. Aber schauen wir vielleicht mal an die Basis, auch in die Praxis. Wie ist es denn zum Beispiel, wenn ein Paar heiratet, wo ein Teil eben aus ihrer Kirche kommt, aus der katholischen Ostkirche und ein anderer Teil aus einer orthodoxen Kirche? Wie wird so etwas dann gelebt oder kommt es vielleicht gar nicht so oft vor? Es kommt natürlich immer wieder vor und das wird normalerweise vor Ort entschieden und das Paar entscheidet sich, sage ich mal, mehr oder weniger dafür, ob sie jetzt in einer katholischen, griechisch-katholischen oder in einer orthodoxen Kirche heiratet. Und dementsprechend wird es auch ausgerichtet. Und man muss auch noch dazu sagen, die konfessionellen Grenzen sind in der Ukraine weniger sichtbar als in Deutschland, weil in Deutschland ist jeder Christ oder fast jeder Christ katholisch-protestantisch ist irgendwo angemeldet als solcher, als Katholik, als römisch-katholischer Christ oder als evangelischer Christ. In der Ukraine, also gibt es solche Register eigentlich nicht, die werden nur von den Kirchen geführt und daher sind auch die konfessionellen Grenzen fließender, würde ich sagen. Und man entscheidet oft vor Ort oder das Paar entscheidet eigentlich, zu welcher Gemeinde sie sich dann mehr zugehörig fühlt. Wenn wir noch kurz einmal auf den Krieg blicken, in dem die Ukraine leider im Moment mit Russland steckt, wie ist denn da die Beziehung Ihrer Kirche auch zum Papst? Denn wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist es ja nicht so, dass es nicht spannungsfrei ist, sondern durchaus auch einige Äußerungen des Papstes da etwas schwierig gerade für Ihre Kirche sind. Natürlich, Sie haben recht und das stimmt, dass die griechisch-katholische Kirche manchmal Schwierigkeiten hat und das gilt nicht nur für die griechisch-katholische Kirche, es gilt auch für viele Menschen in der Ukraine, die päpstlichen Äußerungen, die päpstlichen Botschaften zu verstehen und sie sind, wie wir wissen, von einer gewissen Ambivalenz geprägt. Auf einer Seite betet der Papst immer wieder für die Ukraine, für den Frieden in der Ukraine unterstützt, die Menschen in der Ukraine. Es gibt viele, viele Bilder von den Begegnungen zwischen Papst und den ukrainischen Christen, Kindern, Menschen, die nach Rom kommen, ihn zu besuchen bei den päpstlichen Audienzen. Auf der anderen Seite gibt es auch Äußerungen des Papstes, die erklärungsbedürftig sind für die Menschen in der Ukraine. Und das sind die Äußerungen, die für die Ukraine schwer nachvollziehbar sind. Und natürlich hier steht oft die griechisch-katholische Kirche, vor allem die Bischöfe der griechisch-katholischen Kirche, in einer gewissen Erklärungsnot. Sie müssen natürlich auch versuchen, diese Balance zu halten zwischen dem, was der Papst sagt und der Stimmung in der ukrainischen Gesellschaft. Und das ist natürlich, Sie können sich vorstellen, nicht einfach, dieses Spagat zu machen. Und wie gesagt, die griechisch-katholische Kirche wird oft auch als Kirche des Papstes natürlich wahrgenommen. Und daher richtet sich auch die Kritik an diese Kirche wegen der päpstlichen Äußerungen. Und die Bischöfe versuchen natürlich immer wieder, also diese Äußerungen zu erklären, zu entschärfen. Aber auch vertreten sie auch selbstbewusst ihre eigenen Positionen und äußern manchmal auch andere Meinungen, also die mit denen des Papstes nicht gleich sind. Sie leben nun schon recht lange in Deutschland, haben hier studiert, sind auch Privatdozent in Eichstätt. Aber wie ist es denn, wenn Sie als Seelsorger in Deutschland ab und an sicher einmal Gottesdienste hier feiern? Machen Sie das dann nach dem römischen Ritus auf Deutsch oder feiern Sie nur in Ihrem byzantinischen Ritus? Also ich habe Privileg, in beiden Traditionen Gottesdienste zu feiern und das freut mich sehr und das ist für mich persönlich eine große Bereicherung, wenn ich beide Traditionen leben darf oder kennenlernen darf, vor allem die römische Tradition, die für mich zunächst fremde Tradition war sozusagen. Das ist für mich, wie gesagt, ein großes Reichtum, eine große Chance auch persönlich, also beide Traditionen kennenzulernen und ich freue mich, dass ich diese Möglichkeit habe und tue das auch natürlich gerne. Können Sie allgemein etwas zu Ihrer Tätigkeit als Priester der griechisch-katholischen Kirche der Ukraine in Deutschland sagen? Welche Unterschiede gibt es da vielleicht auch mentalitätsmäßig in den Kirchengemeinden oder mit Blick auf die Sakramente? Also ich habe eigentlich mit den klassischen griechisch-katholischen Gemeinden hier in Deutschland eigentlich weniger zu tun. Ich war aber lange Zeit Seelsorger in der Ukraine in meiner wissenschaftlichen Tätigkeit an der ukrainischen katholischen Universität. Daher kenne ich natürlich sehr gut die ukrainischen Kontexte und die ukrainische Mentalität, wenn man so sagen kann. Ich bin in Deutschland dem Kollegium Orientale zugeordnet. Das ist ein Priesterseminar der Diözese Eichstätt, in dem Studenten aus verschiedenen katholischen, aber auch orthodoxen oder orientalischen Kirchen studieren. Und ich betreue vor allem oder begleite vor allem solche Studenten, also im universitären Bereich oder im Bereich der Formation, der Ausbildung. Und zugleich darf ich auch in einigen griechisch-katholischen Gemeinden als Priester tätig sein. Natürlich sind zwei verschiedene Kontexte. Du hast auf einer Seite mit den Studenten zu tun, aus sehr verschiedenen Kulturen und Kulturräumen. Auf der anderen Seite, du bist befasst auch mit der klassischen Seelsorge vor Ort in einigen bayerischen Gemeinden. Und das ist natürlich sehr, sehr interessant und eine große Bereicherung. Man merkt natürlich auch die Unterschiede. Also es sind auch verschiedene Zugänge, die man dann hat, auch zu den Menschen vor Ort und auch zu den Studierenden. Aber diese Herausforderung ist für mich eine interessante Spannung, aber auch vor allem eine wichtige Erfahrung für meinen eigenen Weg. Sie sind verheiratet und auch Familienvater. Das ist etwas, das Ihre Mitbrüder in der lateinischen Kirche von Ausnahmen, abgesehen von wenigen Ausnahmen, allermeistens nicht sind. Werden Sie in Deutschland da oft auch darauf angesprochen? Ja, selbstverständlich. Also das ist immer wieder ein Thema in den Gesprächen, also mit den Menschen, mit den Gemeindemitgliedern vor allem. Und ich gebe eigentlich immer sehr, sehr einfache Antwort auf diese Frage. Ich komme aus einer Tradition, in der beides möglich ist. Und ich bin froh, ich bin auch glücklich, dass ich diese Möglichkeit hatte, mich vor der Diakonatsweihe zu entscheiden, ob ich heirate oder nicht. Für mich ist es auch ein Teil der katholischen Tradition in dem Sinne, als Zugehörige der griechisch-katholischen Kirche. Und wie gesagt, es ist eine Bereicherung, aber das ist, also ich versuche das Thema zu vermeiden, ob es eine Lösung wäre, für die katholische Kirche insgesamt oder nicht. Das ist für mich schwer einzuschätzen. Aber wie gesagt, ich schätze nur das, was ich habe, und ich versuche das authentisch zu lieben, als verheiratete Priester mit der Familie in einer katholischen Umgebung. Sagt Privatdozent André Mykalejko. Vielen Dank. Dankeschön. Wie ist es bei Ihnen? Kennen Sie Gläubige oder Priester aus einer katholischen Ostkirche? Oder waren Sie vielleicht schon einmal in einer orthodoxen oder orientalischen Kirche zum Gottesdienst? Was könnte die katholische Kirche tun, um die Ökumene mit der Orthodoxie voranzubringen? Und welche Rolle könnten die unierten Kirchen dabei spielen? Schreiben Sie uns Ihre Erfahrungen und Ihre Meinung, aber gerne auch Anregungen, Themen, Vorschläge und Kritik an aufgekreuzt.katholisch.de. Übrigens, alle Folgen unseres Podcasts gibt es auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube und überall da, wo es Podcasts gibt. In der nächsten Folge von Aufgekreuzt hören Sie an dieser Stelle meinen Kollegen Christoph Brüwer. Dann geht es um Papst Paul VI. Das war es bis hierher aber erst einmal von Aufgekreuzt. Tschüss und auf Wiederhören sagt Roland Müller.